Im ersten Paket, das Traceroute sendet, ist TTL auf 1 gesetzt. Der erste Router setzt TTL auf 0, dabei erzeugt er eine ICMP Time Exceeded-Nachricht, trägt seine IP-Adresse als Absender ein und sendet die ICMP-Nachricht an den Absender zurück. Damit kennt der Absender die IP-Adresse des ersten Routers. Dann wird im zweiten Paket TTL auf 2 gesetzt, was dazu führt, dass der zweite Router eine ICMP Time Exceeded-Nachricht zurücksendet, und so weiter. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis der Empfänger erreicht wird. Traceroute sendet UDP-Pakete mit einer ungültigen Portnummer. Der Standard-Port ist 33.434. Da beim Empfänger kein UDP-Service mit dieser Portnummer aktiv ist, wird eine ICMP-Nachricht Destination Unreachable erzeugt und an den Absender zurückgesendet. Damit weiß Traceroute, dass der Empfänger erreicht wurde und keine weiteren Pakete zu senden sind.